Ja, liebe Uttelfreunde, was läuft ab dem Aurausi? Sonntag, 3. April, 10 vor 6 abends. Es hat gerade ein Kalb, Kalauei-Kalb gegeben. Ein Rind hat gekalbt. Wir haben es zum Glück gesehen und Kolb konnten da noch ein bisschen nachhelfen. Jetzt ist das Rind mit Kalb eingesperrt und es hat noch nicht gemerkt, was da passiert ist, das Rind. Wir lassen die zusammen eingesperrt und hoffen dann, dass es sein Kalb erkennt. Jawohl.